Triathlon hat sich über die letzten 15, 20 Jahre zu meinem Traum und meiner Leidenschaft entwickelt. Das hätte ich zu Beginn so nicht sagen können. Mittlerweile genieße ich das, hoffe, dass ich auch noch 15, 20 Jahre Sport, Familie, Alltag so verbinden kann und tatsächlich jetzt diesen Traum immer mit dem Ziel, irgendwann wieder auf Hawaii bei der Weltmeisterschaft an der Startlinie zu stehen, leben kann. Vielen Dank.